Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Und jetzt hauen wir mal rein. Das habe ich letzte Runde auch schon gesagt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Den 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 Den. Wir müssen eigentlich noch Dead by Daylight kaufen. Weil die Beta ist ja jetzt schon länger vorbei. Bin gleich zugekommen. Oh, es regnet ja draußen. Oder hat geregnet. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Spiel ich gleich, ähm... Ich glaub ich war herzwerde. Pause? Ich gucke mir Videos an oder irgendwas. Oh, halt stopp. Ich hab das falsche Equipment. Ich dachte grad ich hätte verfallen gewesen. Warte mal. Ich kann jetzt nicht da spielen, ne? Ja, ne? Ich hab hier nichts gemacht, außer hier die Kugel aufzuspannen. Ich hab hier nichts gemacht, außer hier die Kugel aufzuspannen. Ich hab hier ja so'n kleines Ding, weißt du. Ich hab hier nichts gemacht. Ja! Da müssen wir außer einer. Stellt sich da einfach so hin. Das ist so geil. Oh, ich hasse diese Schildtypen an. Die kommt einfach nicht ran. Das ist nicht durch. Ich muss... ...kack jetzt zu. Toll. Ach, die Attackern hier wird abgesichert. Schon meine Muni schon fallern den anderen Typen vorbei. Der Baller. Oh, juckt. Oh, Entschuldigung. Das hat sehr geübt. Ist ja da unten gestorben. Noch einer gestorben. Wenn mir so aussetzt ist, dass der... Ah, die Sau. Das ist der Dingswing. Komm, wie heißt der denn? Hier, der mit dem Schild. Die haben schon alle dauernd, das ist nur noch der. Ich weiß nicht, wie kommt der denn an den Rand? Ich muss denn irgendwie an den Rand kommen. Ich weiß nicht, wie kommt der denn an den Rand? Ich bin eigentlich nur durch das erstbeste Fenster gesprungen. Ich wusste nicht, dass der da drin ist. Also ich wusste nicht, dass das das Ballzimmer war. Ich wollte ihn noch weiterlaufen, aber hm. War ja anscheinend richtig. Auch gut. Ich habe jeder Panik geschoben. 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 Das ist leck. sorry. Wo sind die denn? Ah, selber rum wie wir haben, okay. Hey, Mario, man! Kann also reinrennen, ne? Nice, bro. Chill dich, ich hab nur ne Kamera weggemacht. Äh, ich komm grad nicht nach links gehen, komischerweise. Die Musik ist auch immer geschützt. Kennt ihr euch doch? Da schießen mindestens zwei. Scheiße, ich hab nix gesehen. Das ist einer direkt vorne und einer an der Tür. Ja, woher machst du nix, ne? So ist das halt. Und ich wieder drehen. Ach, jetzt sind wir noch zu dritt. Ja, das ist ja auch schön. Läuft ja heute richtig, ne? Richtig gut. Schön, schön. Der ist auch noch AFK. Und der hat nen total behinderten Namen. So würde ich mich niemals nennen. Never ever. Alter, beide AFK. So, jetzt bin ich alleine. Aber das ist ja auch schön. Das ist ja auch. Ist ja nett. Ich schaff das. Wird sehen. So ein bisschen drum. Siehst du mich nicht? Hast du gesehen? Machst du nix, ey. Ah, hinter mir war auch da einer. Schön, schön. Soll ich das doch gern. Der muss ja auch gedacht haben. Oh, da sind zwei. Das ist ja interessant. Ich schaff das schon alleine. Oh, wie soll ich das machen? Ich will das jetzt nicht aufgeben. Aber wahrscheinlich muss ich das. Ist so kurze Folge, Leute. Obwohl, ich will nichts. Ich will es wenigstens versuchen. Auch wenn es eigentlich unmöglich ist. Zeigt sich schon gleich meine übigen Skills. Boah, Alter. Hast du sie gesehen? Alter, äh, 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 äh. So im Kreis drehen. So. So, jetzt schön geschickt anstellen. Jetzt hab ich's gesagt. Und es wird sowas von überhaupt nicht geschickt sein. Bin noch mal wieder... Ich hab den gesehen. Und jetzt rennen wir hier nochmal ganz rum. Denken sie jetzt auch mal. Den einen kriegen wir ja schon. Aber ich denk mir so. Nee, nee, leider. Aber hier bin wir nicht geschlagen. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. War hier nicht eben einer? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gucken sollte. Ich kann es endlich nicht riskieren. Der kann auch über mir sein. Der ist hier im Raum, oder er ist über mir. Das ist ja die große Halle. Scheiße. Das ist ja die große Halle. Scheiße. Das für'n Hinke Fuß. Nein, Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Oh, der hat sich da getarnt im Grün, oder was? Du Sau. Scheiße. Aber guck mal, 3 von 5 alleine, finde ich doch einmal so schlecht. Aber verteidigen kann ich das nicht alleine. Ich könnte mir eigentlich auch einfach so ein von dem anderen Ding da, den Tüten da so hinstellen und einfach durchballern, weißt du? Keine Ahnung. Ihr müsst jetzt kurz alleine handeln. Das ist eine One-Woman-Show. Ich sag's euch, Leute. Ja, aber schon wieder hier. Oh, kacke, ich hätte mir mal was anderes aussuchen sollen. Ich glaube, ich bleib nicht in dem Raum hier drin. Ich habe kurz bevor... Ich glaube, ich bleib hier drin. Ich habe noch ein Ding. Jetzt kommt's alle rein. Ich bin alleine im Team, ja. Ja, Leute. Das ist doch lächerlich. Komm schon. Die Spiel ist doch noch weiter. Ich meine, ja, die können das locker gewinnen. Was ist das nicht? Aber auch voll der Geile, ne? Guck mal, der tötet das. Ich gewinne die Runde und dann... Er verlässt. Schön. Und die unten? Unten wäre mal was Neues. Ja, man ist jetzt noch nie unten. Hm. Dann sind sie bestimmt oben. Moment, da ist zu. Das ist normal aufzunehmen. Ah, ne, sind wir hier. Hallo. Na, wollt ihr nochmal rauskommen? Alter. Jetzt nochmal wagen. Ich weiß, dass ihr jetzt bestimmt nochmal wollt. Ah, da gibt's auch ne Leiter runter. Oh. Ich muss jetzt hier richtig taktisch spielen, hab ich so das Gefühl. Aber wie mach ich das? Wie geh ich jetzt vor, ist die Frage. Wo steht sie auf, ey? Wo steht sie auf, ey? Wo steht sie auf, ey? Enemy detected outside. Wer war denn? Ich sehe ihn nicht. Ich muss ihn auch gucken, wo es hier hoch geht. Ach da. Ich muss ihn sich mal ein bisschen umsehen, ne? Fuß weg. Komm schon. Zeig dich nochmal. Komm schon. Okay. I have been spotted Huch, hab ich die Geisel lang geschossen Fuck! Musste die jetzt loslassen um das ranzumachen, voll behindert Ja, macht nix, ich war alleine, ich darf das 703 Die waren noch alle in Le... Viel höhere Level, voll mies Naja, ist halt so, ne? So Dank fürs Zusehen, haut rein!